Stell dir vor, es gäbe eine versteckte Stadt tief unter der Erdoberfläche. Ein Reich, das seit Jahrtausenden verborgen liegt. Die Rede ist von Agatha, einer geheimnisvollen unterirdischen Zivilisation, die in den Legenden und Mythen vieler Kulturen vorkommt. Doch was, wenn diese Mythen mehr als nur Geschichten sind? Was, wenn Agatha tatsächlich existiert? Agatha soll von einer hochentwickelten Zivilisation bewohnt werden, die über unglaubliches Wissen und Technologien verfügt, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Diese unterirdische Welt soll frei von Kriegen, Krankheiten und Naturkatastrophen sein. Ein Paradies im Gegensatz zur chaotischen Oberwelt. Aber woher stammen diese Geschichten? Und gibt es Beweise für die Existenz von Agatha? In diesem Video begeben wir uns auf die Spurensuche nach Agatha und untersuchen die zahlreichen Berichte und Theorien, die im Laufe der Geschichte aufgetaucht sind. Von alten Legenden buddhistischer Mönche bis hin zu modernen Expeditionen und wissenschaftlichen Theorien. Wir decken alles auf. Könnte es sein, dass diese Geschichten auf realen Begebenheiten beruhen? Haben Entdecker tatsächlich Zugänge zu dieser mysteriösen Welt gefunden? Wir beschäftigen uns auch mit der Hollow Earth Theory, die besagt, dass unsere Erde nicht vollständig massiv ist, sondern große, unerforschte Hohlräume und sogar ganze Welten im Inneren birgt. Berichte von berühmten Entdeckern wie Admiral Richard E. Byrd, der behauptete, über die Pole in eine solche unterirdische Welt geflogen zu sein, geben diesen Theorien neue Nahrung. Bereite dich darauf vor, deine Vorstellungskraft herauszufordern und dich auf eine Reise in die Tiefen der Erde zu begeben. Könnte es sein, dass die Wahrheit buchstäblich unter unseren Füßen liegt? Bleib dran, um mehr zu erfahren. Bevor wir starten, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit du keine unserer spannenden Entdeckungen verpasst. Und jetzt, ohne weitere Verzögerung, tauchen wir ein in das Mysterium von Agartha und die Hohlwelttheorie. Die Legenden und Mythen über Agartha haben ihren Ursprung in vielen alten Kulturen und Religionen. Diese Geschichten beschreiben ein unterirdisches Königreich, das von einer fortschrittlichen Zivilisation bewohnt wird. Die Idee einer versteckten Welt unter der Erdoberfläche ist sowohl faszinierend als auch mysteriös. In buddhistischen Schriften wird Agartha als ein unterirdisches Paradies beschrieben, regiert von einem weisen König, oft als König der Welt bezeichnet. Diese Geschichten sprechen von einer friedlichen Gesellschaft, die Zugang zu uraltem Wissen und fortschrittlicher Technologie hat, die den Menschen an der Oberfläche unbekannt ist. Indische Mythen erwähnen eine ähnliche unterirdische Welt namens Patala, die von Nagas, göttlichen Schlangenwesen, bewohnt wird. Patala wird als wunderschönes Land mit üppigen Hügeln und klaren Seen beschrieben, ähnlich den Beschreibungen von Agartha. Die alten Griechen und Römer hatten ihre eigenen Versionen dieser unterirdischen Welten. In der griechischen Mythologie gibt es die Vorstellung des Hades, einer Unterwelt, die von den Seelen der Toten bewohnt wird. Obwohl Hades oft als düsterer Ort betrachtet wird, gibt es Berichte über Bereiche, die von mächtigen Wesen regiert werden, die Zugang zu geheimem Wissen haben. Die ersten schriftlichen Erwähnungen von Agartha in der westlichen Welt stammen aus dem 19. Jahrhundert. Der französische Okkultist Alexandre Saint-Yves d'Alvedre beschrieb Agartha in seinen Schriften. Er behauptete, durch seinen Sanskrit-Lehrer Zugang zu Geheimnissen über diese unterirdische Welt erhalten zu haben. Seine Werke, wie Mission de Linde, brachten die Legende von Agartha einem breiteren Publikum im Westen nahe. Verbindungen zu anderen Kulturen finden sich auch in den Legenden der Maya und Azteken, die von unterirdischen Welten sprechen, in denen göttliche Wesen leben. Diese Geschichten deuten darauf hin, dass die Idee von Agartha eine universelle menschliche Faszination mit der Möglichkeit einer verborgenen, friedlichen Welt unter unseren Füßen widerspiegelt. Diese vielfältigen Mythen und Legenden aus verschiedenen Kulturen und Epochen tragen dazu bei, das Mysterium von Agartha aufrecht zu erhalten. Ob reine Fiktion oder verborgene Wahrheit, die Geschichten über Agartha bleiben ein faszinierendes Thema für Forscher und Abenteurer gleichermaßen. Bevor wir weitergehen, möchten wir dir ein besonderes Video ans Herz legen. Die verborgene Weltgeschichte Entdecke die wahren Ereignisse und Kräfte, die unsere Geschichte formen und oft im Verborgenen bleiben. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Die Hohlwelttheorie schlägt vor, dass unser Planet nicht vollständig massiv ist, sondern große, unentdeckte Hohlräume im Inneren enthält. Diese Idee hat ihre Wurzeln in verschiedenen wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Überlegungen und hat im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Anhänger gefunden. Im 17. Jahrhundert schlug der Astronom Edmund Halley vor, dass die Erde aus einer äußeren Schale und mehreren inneren konzentrischen Schalen besteht. Halley glaubte, dass die Polarlichter durch Gase verursacht wurden, die aus diesen inneren Hohlräumen entweichen. Im 18. Jahrhundert griff der Mathematiker Leonard Euler diese Idee auf und entwickelte sie weiter. Euler schlug vor, dass die Erde hohl sei und einen zentralen inneren Sonnenkern habe, der Licht und Wärme für eine unterirdische Zivilisation spenden könnte. Wissenschaftliche Argumente gegen die Hohlwelttheorie basieren auf seismischen Daten und dem Studium der Erdgravitation. Die Auswertung von seismischen Wellen, die durch Erdbeben erzeugt werden, zeigt, dass die Erde aus mehreren Schichten besteht. Der Kruste, dem Mantel und dem Kern. Diese Schichten weisen unterschiedliche Dichten und Zusammensetzungen auf, was die Existenz großer Hohlräume im Erdinneren unwahrscheinlich macht. Befürworter der Hohlwelttheorie argumentieren jedoch, dass Anomalien in seismischen Daten auf die Möglichkeit großer unterirdischer Hohlräume hinweisen könnten. Sie verweisen auch auf die Existenz riesiger Höhlen und Tunnelnetze auf der ganzen Welt, die als Beweise für die Hohlwelttheorie interpretiert werden könnten. Trotz der wissenschaftlichen Beweise gegen die Hohlwelttheorie bleibt sie ein faszinierendes Konzept, das die Fantasie vieler Menschen anregt. Die Vorstellung, dass es verborgene Welten unter unseren Füßen geben könnte, inspiriert weiterhin Geschichten, Filme und die Forschung von Abenteurern und Esoterikern weltweit. Die Theorie der Hohlen Erde und die Legenden von Agatha haben zahlreiche Entdecker und Abenteurer inspiriert, die behaupteten, Hinweise auf diese verborgene Welt gefunden zu haben. Einer der frühesten Befürworter der Hohlwelttheorie war John Cleaves Simmes. Im Jahr 1818 schlug Simmes die sogenannte Sims-Hohl-Theorie vor, die besagt, dass die Erde hohl sei und große Öffnungen an den Polen habe, durch die man ins Innere gelangen könne. Simmes versuchte, die US-Regierung zu überzeugen, eine Expedition zum Nordpol zu finanzieren, um diese Öffnungen zu finden. Obwohl seine Anträge abgelehnt wurden, fanden seine Ideen viele Anhänger. Ein weiterer bemerkenswerter Bericht stammt von Olaf Janssen, einem norwegischen Fischer, der behauptete, zusammen mit seinem Vater durch eine Öffnung am Nordpol ins Erdinnere gesegelt zu sein. In seinem Buch The Smoky God beschreibt Janssen eine wundersame Welt mit riesigen Pflanzen und Tieren, bewohnt von einer friedlichen Rasse von Riesen. Obwohl Janssens Geschichte oft als fiktiv betrachtet wird, bleibt sie ein faszinierendes Beispiel für die Hohlwelttheorie. Der berühmteste Bericht über eine Expedition ins Erdinnere stammt von Admiral Richard E. Byrd. Byrd war ein angesehener US-Militärpilot und Polarforscher, der mehrere Expeditionen in die Arktis und Antarktis leitete. Im Jahr 1947 behauptete Byrd, während eines Fluges über den Nordpol auf eine grüne, üppige Landschaft gestoßen zu sein. Er berichtete von einer Begegnung mit hochentwickelten, friedlichen Wesen, die ihn vor den Gefahren von Atomwaffen warnten. Byrds Berichte wurden oft angezweifelt, haben aber dennoch das Interesse an der Hohlwelttheorie belebt. Diese Geschichten und Berichte von Entdeckern haben zur Mystik und Anziehungskraft der Hohlwelttheorie beigetragen. Sie zeigen, wie tief verwurzelt die Faszination für das Unbekannte in der menschlichen Natur ist und wie stark der Wunsch, die Geheimnisse unserer Welt zu lüften, unser Denken prägt. Die moderne Wissenschaft hat zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, um die Struktur der Erde besser zu verstehen. Die Hohlwelttheorie bleibt dabei ein umstrittenes Thema. Seismische Wellen, die durch Erdbeben erzeugt werden, haben entscheidend dazu beigetragen, unser Wissen über die innere Struktur der Erde zu erweitern. Diese Wellen bewegen sich durch verschiedene Schichten der Erde mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, was Geologen ermöglicht, Rückschlüsse auf die Dichte und Zusammensetzung dieser Schichten zu ziehen. Die meisten wissenschaftlichen Beweise deuten darauf hin, dass die Erde aus einer festen Kruste, einem viskosen Mantel und einem flüssigen äußeren sowie festen inneren Kern besteht. Diese Erkenntnisse widersprechen der Idee großer, hohler Hohlräume im Erdinneren. Neuere Entdeckungen haben jedoch gezeigt, dass es im Erdinneren ungewöhnliche Formationen gibt. Im Jahr 2014 entdeckten Wissenschaftler Hinweise auf ein riesiges unterirdisches Wasserreservoir, das in einem Gestein namens Ringwoodit eingeschlossen ist, etwa 410 bis 660 Kilometer unter der Erdoberfläche. Diese Entdeckung legt nahe, dass sich große Mengen Wasser in der Übergangszone des oberen und unteren Erdmantels befinden könnten, genug um die Ozeane der Erde dreimal zu füllen. Zudem haben seismische Daten auf das Vorhandensein von Bergen hingewiesen, die höher als der Mount Everest sind, tief unter der Erdoberfläche. Obwohl diese Entdeckungen faszinierend sind, bleibt die Hohlwelttheorie umstritten. Skeptiker argumentieren, dass die seismischen und geologischen Daten klar gegen die Existenz großer Hohlräume sprechen. Befürworter der Hohlwelttheorie behaupten jedoch, dass diese Daten falsch interpretiert werden könnten und dass Anomalien in den seismischen Messungen auf die Möglichkeit hinweisen, dass es doch Hohlräume gibt. Einige alternative Theorien schlagen vor, dass es nicht um vollständige Hohlräume geht, sondern um große, miteinander verbundene Kavernen und Tunnelnetzwerke, die potenziell bewohnbar sein könnten. Während die Mehrheit der Wissenschaftler die Hohlwelttheorie ablehnt, bleibt sie ein faszinierendes Konzept, das weiterhin erforscht und diskutiert wird. Die Entdeckungen von ungewöhnlichen geologischen Formationen und Wasserreservoirs im Erdinneren zeigen, dass unsere Welt immer noch viele Geheimnisse birgt, die es zu entschlüsseln gilt. Die Idee von Agartha und der Hohlen Erde hat nicht nur Wissenschaftler und Abenteurer inspiriert, sondern auch spirituelle und esoterische Denker. Diese Perspektiven bieten eine faszinierende Mischung aus Mythologie, Religion und Metaphysik. Eine der einflussreichsten Figuren in der modernen esoterischen Bewegung ist Helena Blavatsky. Mitbegründerin der Theosophischen Gesellschaft im späten 19. Jahrhundert. Blavatsky behauptete, Zugang zu geheimen Lehren und Wissen aus alten Kulturen und spirituellen Meistern zu haben. In ihren Werken, insbesondere in Die Geheimlehre, beschreibt sie Agartha als ein unterirdisches Reich, bewohnt von erleuchteten Wesen, die über fortgeschrittene spirituelle und technologische Fähigkeiten verfügen. Diese Wesen sollen in einer Art spirituellem Paradies leben und gelegentlich mit der Oberfläche interagieren, um ausgewählten Menschen Wissen zu vermitteln. Ein weiterer bedeutender Esoteriker war der französische Schriftsteller Alexander Saint-Yves d'Alvedre. In seinem Buch Mission de l'Inde en Europe beschreibt er Agartha als eine hochentwickelte unterirdische Zivilisation, die durch ein komplexes Netz von Tunneln und Höhlen mit der Oberfläche verbunden ist. Saint-Yves behauptete, dass diese Zivilisation über uraltes Wissen und fortschrittliche Technologien verfügt, die weit über das hinausgehen, was in der modernen Welt bekannt ist. Er beschrieb Agartha als eine Art spirituelles Zentrum der Welt, das von einem weisen und mächtigen König regiert wird. Die Vorstellung von Agartha findet sich auch in verschiedenen religiösen Traditionen wieder. In den buddhistischen Lehren wird Shambhala als ein verborgenes Königreich beschrieben, das ähnliche Eigenschaften wie Agartha aufweist. Es wird als ein Ort der reinen Weisheit und des Friedens dargestellt, der nur von den Erleuchteten erreicht werden kann. Auch im Hinduismus gibt es die Vorstellung von Patala, einem unterirdischen Reich, das von Nagas, göttlichen Schlangenwesen, bewohnt wird. Diese Beschreibungen ähneln stark den Erzählungen von Agartha. Die Verbindung dieser spirituellen und esoterischen Perspektiven zu den Mythen und Legenden von Agartha zeigt, wie tief verwurzelt die Faszination für eine verborgene, erleuchtete Welt in der menschlichen Psyche ist. Sie bietet eine alternative Sichtweise auf unsere Realität und inspiriert weiterhin diejenigen, die nach tieferem Wissen und Verständnis suchen. Die Legenden um Agartha und die Theorie der hohlen Erde beinhalten auch konkrete Behauptungen über geografische Zugangspunkte und unterirdische Tunnelnetzwerke. Diese sollen der Schlüssel zur Entdeckung der verborgenen Zivilisationen unter unseren Füßen sein. Es gibt zahlreiche Berichte über mögliche Eingänge zu Agartha, die sich an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt befinden sollen. Einer der bekanntesten Zugangspunkte liegt in den Polarregionen. Sowohl der Nord- als auch der Südpol werden oft als große Öffnungen beschrieben, die den Eintritt in die hohle Erde ermöglichen. Weitere bedeutende Eingänge sollen sich in den Höhlen von Dyros in Griechenland, unter der Sphinx in Ägypten und in den tibetischen Himalaya-Bergen befinden. Diese Orte sind oft mit alten Legenden und religiösen Mythen verbunden, die ihre geheimnisvolle Aura verstärken. Zusätzlich zu den Hauptzugangspunkten gibt es viele Berichte über weitläufige unterirdische Tunnelnetzwerke, die verschiedene Teile der Welt miteinander verbinden sollen. Diese Tunnel sollen von alten Zivilisationen gebaut worden sein, um die unterirdischen Städte von Agartha miteinander zu verbinden und eine sichere und verborgene Fortbewegung zu ermöglichen. Einer der bekanntesten Berichte stammt von der angeblichen Nazi-Basis in der Antarktis, die durch ein ausgedehntes Netz von Tunneln mit Agartha verbunden sein soll. In den Vereinigten Staaten gibt es Berichte über Eingänge in den Mammoth Caves in Kentucky und am Mount Shasta in Kalifornien, wo angeblich eine unterirdische Stadt namens Telos existiert. Interessanterweise gibt es zahlreiche Berichte, die eine Verbindung zwischen diesen unterirdischen Zugangspunkten und UFO-Sichtungen herstellen. In vielen Fällen wurden UFOs beobachtet, die in die Erde eintauchten oder aus ihr herauskamen, insbesondere in der Nähe von vermeintlichen Eingängen zu Agartha. Einige Theorien schlagen vor, dass diese UFOs fortschrittliche Fluggeräte der unterirdischen Zivilisationen sind. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist die Nähe einiger dieser Zugangspunkte zu Militärbasen. Ein Beispiel ist die Dulce-Basis in New Mexico, die angeblich über ein geheimes unterirdisches Labor verfügt und in der Nähe eines Eingangspunkts zu Agartha liegt. Diese Verbindung hat zu zahlreichen Verschwörungstheorien geführt, die besagen, dass Regierungen auf der ganzen Welt von der Existenz Agarthas wissen und diese Informationen geheim halten. Diese Geschichten und Theorien über Zugangspunkte und geheime Tunnelnetzwerke tragen erheblich zur Faszination und Mystik um Agartha bei. Obwohl es keine wissenschaftlichen Beweise für ihre Existenz gibt, bleiben sie ein spannendes Thema für Forscher, Abenteurer und Verschwörungstheoretiker gleichermaßen. Die Vorstellung von Agartha und der Hohlen Erde hat die Menschheit seit Jahrhunderten fasziniert. Von alten Mythen und Legenden über wissenschaftliche Theorien bis hin zu Berichten von Entdeckern und esoterischen Lehren, die Idee einer verborgenen unterirdischen Zivilisation bleibt ein spannendes und geheimnisvolles Thema. Zusammenfassend haben wir die historischen und mythologischen Ursprünge von Agartha untersucht, die in den Geschichten und Überlieferungen vieler Kulturen verankert sind. Wir haben die Grundlagen der Hohlwelttheorie und die wissenschaftlichen Argumente und Gegenargumente beleuchtet. Berichte von Entdeckern wie John Cleve Symmis, Olaf Janssen und Admiral Richard E. Byrd bieten faszinierende, wenn auch umstrittene Erzählungen über ihre angeblichen Reisen in das Erdinnere. Moderne wissenschaftliche Untersuchungen haben einige unerwartete Entdeckungen gemacht, die unser Verständnis der Erdstruktur erweitern, während spirituelle und esoterische Perspektiven von Elena Blavatsky und Alexander Saint-Yves Dalvedre uns eine alternative Sichtweise auf Agartha bieten. Schließlich haben wir die zahlreichen Berichte über geografische Zugangspunkte und unterirdische Tunnelnetzwerke untersucht, die angeblich Agartha mit der Oberfläche verbinden. Könnte es wirklich eine solche Welt unter unseren Füßen geben? Während die Mehrheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft die Hohlwelttheorie ablehnt, bleibt die Faszination für das Unbekannte stark. Die Geschichten von Agartha sprechen tief verwurzelte menschliche Sehnsüchte nach Frieden, Wissen und einem besseren Leben an einer Welt, die vielleicht weit entfernt erscheint, aber gleichzeitig so nah sein könnte. Wir möchten von dir wissen, was hältst du von der Theorie der hohlen Erde und der Legende von Agartha? Glaubst du, dass es eine versteckte Zivilisation gibt, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden? Teile deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren unten. Deine Beiträge sind uns wichtig und helfen uns weiterhin spannende Themen zu erforschen und zu diskutieren. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit du keine unserer zukünftigen Entdeckungen verpasst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Vielen Dank, dass du uns auf dieser faszinierenden Reise begleitet hast. Bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig und aufgeschlossen.